This is me, Julia Möller. Ich bin Deutsche, aber wohne schon seit 10 Jahren in Amerika. Mein Leben ist eigentlich perfekt. Was? Umziehen? Zurück nach Deutschland? Ins Land der Schlager? Der Lederhosen? Und der Bratwurst? Willkommen in Deutschland. War das eine Bisonherde? Der Sport ist gut. 90% Muskeln, 2% Gehirn. Jeder, der hier cool sein will, schließt sich einer Gruppe an. Einer Squad. Die Hip-Hop-Squad. Der Vlogger-Squad. Der Technik-Squad. Und klar, die VIP-Squad. Stella Finkenstedt. Du bist ein Misfit. Das ist der Squad für Loser. Ein Misfit? Wir haben die Misfit. Wir haben die Misfit. Lass es mich ganz deutlich sagen, Misfit. Ich bin hier an der Schule des Gesangstalent. I can make you or break you. Misfit Möller wird am Contest teilnehmen. Was? Misfit Möller wird jeden Tag unangenehmer. Englisch-Nachhilfe? Würdest du gerne zurück nach Amerika, Julia? Wenn ich ihm so und so einer Dreifer helfe, dann gewinne ich den Contest. Und schwupps, bist du auf dem Weg in die USA. Julia, komm! Ja, ja, ich komme! Einer wird fest! Ah! We are the Misfits. We are the Misfits. Shout out to me. We'll see you on your way down. He's Cinderella. Überall in der Schule sehen wir den Buchstattländen. Remember the Misfits. We'll make the difference. He's Cinderella. La, 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 la. Remember the Misfits. We'll make the difference. Yeah! Mom.